Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Partie FC Utrecht gegen Ajax Amsterdam wieder auswärts zum dritten Mal hintereinander. Ich hoffe mal danach gibt es ein Heimspiel. Und heute wird noch nicht rotiert, erst im nächsten Spiel. Da gibt es dann als Champions-League-Partie, die nächste ist dann gegen Olympique Lyon, wo ich einen Sieg erwarte. Lyon sehe ich da ehrlich gesagt als schlechteste der drei Konkurrenten. Bester Konkurrent natürlich in der Gruppe Bayern-München, dann Donetsk und dann Lyon. Aber trotzdem darf man nicht unterschätzen und ich denke da muss man sich einfach Mühe geben. Dann klappt das schon. Bei FC Utrecht nicht zu unterschätzen. Ich denke da kann es gleich losgehen. Da sehen wir wieder mal Sander. Und ich glaube der Pai oder? Ne, der Pai sieht anders aus. Irgendwas mit D. Ajax ist auf Platz 7 mit 9 Punkten. Der Pierre. Der FC Utrecht war da oben. Ich glaube sogar erster, wenn ich mich nicht täusche. Aber da dürfen wir uns nicht unterkriegen lassen. Wir sollten hier einen Sieg holen. Weil man langsam zu oft unentschieden gespielt hat. Weich geht's los nachdem diese Aufstellung gezeigt wird. Das ist dieselbe von den letzten beiden Spielen. Und ich denke da geht's los. Nulenga. Jansen. Der Ritter. Verliert den Ball. Nun Moisander. Lind. Sterling. Schwimmel. Ja, das gibt einen Ruf für unsere Mannschaft. Sterling. Ne. Schade. Und da haben wir Feldmann. Komm rein. Ne. Jansen. Und das war, ja, Michael´s Gefecht. Ich hab da irgendwie ein bisschen rumgedrückt. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Ritter. Und das war, ja, Michael´s Gefecht. In Richtung Nulenga. OK. Den hat Blind. Feldmann. Van Reim. Feldmann. Derlei Blind. Wahim Sterling. Dina Sterling. Nein. Ah, schade. Ja, kriegt ihn. Okay, Mark Hitz. De Jong. Lind. Moisander. Zellesen. Van Rijn. Denhard Fischer. Reimann. Viltuis. Überholt ihn sich. Das ist Adub. Jetzt vielleicht eine Headings. Und nee, die kriegt der Pierre. Markiert. Zarrota. Und den hat siebende Jong. Und den hat er weit weg. Und den hat er weit weg. Ein bisschen verschätzt. Den hat Van Rijn gut gerettet. Maybe... Le Jong. Sterling... Vielleicht... Nee. Jetzt Blind Jansen Blind Warte, nein Ach, das kann doch nicht schon wieder sein, dass es zur Halbzeit 0-0 ausgeht Das kam mir bis jetzt zu oft Ich kann aber mit dieser Mannschaft nicht die Formation spielen, die ich spielen will Dafür haben wir zu wenig Außenbahnspieler Am besten wären die drei Flügelspieler oder so Haben wir leider nicht Und das war's, ich werde jetzt erstmal wechseln Von Rhein Von Rhein Von Rhein Und jetzt Jetzt, nein War schon mal ein besserer Spielzug Da sind wir Sterling Und dann Ruiter Held Und nun Schlasen mit der Ecke Und der wurde geklärt Aber noch nicht richtig Weil man hat den Er kriegt ihn als dieses, okay Mulenga erstmal Und nun hat Van Rhein den Ball geholt Oh, schade Er liebt Mulenga Ja Da wird's Wechsel So Nun fällt man Von Rhein Fischer Nicht gut gemacht Jetzt Nee Ach, weil man Nicht in der besten Verfassung Und jetzt Vielleicht Ach nee Da hätte ich selber schießen müssen einfach Und mal kurz auf Rhein Sterling Kacken Aber nein Ich mach das Und was passiert Nee Geht nicht Wie im echten Leben Wenn man dann Den unägoistischen Gedanken hat Dann geht er nicht dahin Oh, schade Aber ich kann Ihnen sagen Das war die letzte Aktion Von Weimann In dieser Partie Siegposer und Kampfrin Und die haben auch anscheinend einen Wechsel Ja, Health City Oder Health City Wie auch immer Ich würde Health sagen Andere sagen Health Beruhlte Richtung Mulenga Wer kann ihn abwenden Ja, wer gut abgewährt Klasen hat ihn nun Wer nackt Wer Eine super Partie In Donets Gemacht hat Und schön Na Schade Fast durchgekommen Und Wer holt ihn sich Neusander Klasen Jetzt Vielleicht De Jong Ja Endlich Da sehen wir es Das 1 zu 0 Siebte Jong Endlich 1 zu 0 Das hilft Wir sollten dieses Spiel gewinnen Und irgendwie habe ich den Eindruck Wenn ich treffe Kurz vor Schluss Zumindest in dieser Session Habe ich ja bisher Das erste 0 zu 0 Von Nicht das erste Sondern hier Das 0 zu 0 Gegen Alkmaar Und das 1 zu 0 Gegen Donets Habe ich in dieser Session gemacht Und da habe ich ja spät betroffen Gegen Donets Jetzt wieder spät Nach diesem Spiel Ist die Session auch erst mal beendet Aber keine Angst Ich versuche trotzdem Die Videos so hochzuladen Dass sie immer pünktlich kommen Und das war jetzt nicht toll Jetzt vielleicht Vielleicht Nee Und da haben wir De Jong Das war nicht gut gemacht Jetzt Mulenga Mulenga immer noch Müsste nach hinten ausweichen Und das war auch nicht toll Nee Abseits Knappe Geschichte aber Mal Sonder Jetzt vielleicht Bernhard Ja mal aus der Distanz probieren Knappe Knappe So ein super Goal Hatten wir in dieser Saison noch nicht Ich hoffe da kommt noch Irgendwie eins Und das Ist nicht gut Okay Okay Den hat Feldmann Und das war es Endstand 1 zu 0 Bisschen glücklich Aber Ja Es gab nicht so viele Chancen Ein bisschen effektiver Gearbeitet Und schon haben wir es Ja 1 zu 0 Ich würde euch dann nochmal die Tabelle zeigen Ja und dann Ich würde auch die Folge beenden Aber erstmal die Tabelle Mal schauen Utrecht war glaube ich erster Da sehen wir die anderen Partien Da war glaube ich jetzt keine größere Überraschung zu sehen Wer war auf Platz 1 An die Heerenwehen war auf Platz 1 Ferienort ist jetzt erster Ajax fünfter Zwei Punkte Differenz Also die müssen auch nur einmal verlieren Und wir einmal gewinnen Und dann haben wir es Ja ich glaube Groningen Gegen die spielen wir auch bald Und wo ist jetzt Utrecht Ach die sind so 11 da Die waren niemals erst dann Nur das Logo von Utrecht und Heerenwehen Sieht ähnlich aus Und deshalb Ja Ich würde sagen Das war es dann auch mit Ah ne Der ist noch Büro Ja Verstanden Ich Ja Aber Ich 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 Aha Die sind zufrieden mit mir Und Da Danke Chef Hallo Trainer Ich bin froh dass Sie Sie So oft einsetzen Okay Ja Warum nicht Bist Ganz vernünftig Joel Feldmann Ja Ihr könnt natürlich Abonnieren Das Video teilen Daumen nach oben geben Abonnieren solltet ihr Wenn ihr Weiterverfolgen möchtet Wie es dem Ajax Amsterdam angeht Natürlich auch Andere Let's Plays Von Red Dead Redemption GTA 5 Von Far Cry 3 Erstmal Ja Wenn es euch nicht so gefallen hat Dann könnt ihr trotzdem erstmal abonnieren Um zu gucken Ja vielleicht war es nur das eine Mal Wer weiß Vielleicht gibt es auch andere Spiele Die ganz gut sind Daumen nach oben Könnt ihr geben Wenn es euch gefallen hat Wenn es nicht gefallen hat Dann müsst ihr aber Keine nach unten geben Und ich denke Das war es dann auch Schon mit der Folge Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal